Kunst der Reformation. Das Nationalmuseum in Breslau eröffnet morgen eine Werkschau mit Gemälden und Kirchenkunst aus dem 16. Jahrhundert. Die Ausstellung zeigt reformatorische Werke, darunter auch Darstellungen von Luther und Melanchthon. Damit beteiligt sich das Museum in Breslau an den internationalen Reformationsfeierlichkeiten. Breslau war im 16. Jahrhundert eine lutherische Stadt, auch wenn sie heute katholisch geprägt ist. Darum wollen auch wir einen Beitrag zum 500. Reformationsjubiläum leisten. Unsere Ausstellung ist also als Abbild unserer Reformationsepoche zu verstehen. Die Ausstellung wird vom Sächsischen Verbindungsbüro in Breslau unterstützt und ist bis zum 30. Dezember zu sehen. Auszeichnung für Altkanzler. Gerhard Schröder ist in Prag für seine Verdienste um das deutsch-tschechische Verhältnis gewürdigt worden. Der Ex-Bundeskanzler wurde von Staatspräsident Milos Seemann mit dem Orden des Weißen Löwen geehrt, der höchsten staatlichen Auszeichnung Tschechiens. Die Verleihung fand im Rahmen des Unabhängigkeitstags statt. In Schröders Kanzlerschaft fallen sowohl der EU-Beitritt Tschechiens als auch die Entschädigung für NS-Zwangsarbeiter. Proteste ausgeweitet. Der Hungerstreik Warschauer Klinikärzte hat Nachahmer gefunden. Auch in Breslau kämpfen Ärzte jetzt um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten. Auslöser der Streiks vor vier Wochen war Berichten zufolge der Erschöpfungstod einer jungen Medizinerin. Polnische Krankenhäuser sind seit Jahren unterfinanziert. Nur fünf Prozent des Bruttosozialproduktes gehen ins Gesundheitswesen. Der EU-Durchschnitt liegt bei acht Prozent. Die Ärzte fordern, dass der Staat mehr Geld in den Sektor investiert.